So, wir sind bei Karma, dem Profi und Spezialisten für Dachboxen. Ihr habt zwar jetzt nicht die Dachbox neu erfunden, aber trotzdem eine Innovation. Ja, das ist richtig. Wir haben mit ClickFix ein sensationelles Dachboxen-Stellbefestigungssystem entwickelt, welches es dem Kunden und dem Verbraucher ermöglicht, sehr sehr schnell und einfach die Dachbox am Fahrzeug zu befestigen. Wie funktioniert das? Wir nutzen die Nut des Dachträgers in einem Aluminium-Dachträger und das wird einfach mit Hebebewegungen durch ein Kippsystem umgelegt. Nennt sich ClickFix und Name ist Programm. Super. Stichwort Dachträger. Ihr habt da noch was, habe ich gehört? Ja, ganz genau. Wir haben also auch ein neues Dachträgersystem entwickelt. Das ist also ein Dachträger für die Reling, für über 130 verschiedene Fahrzeugmodelle. Und das Besondere hier ist, es passt auf beide Relingarten. Sowohl auf die freistehende als auch auf die integrierte Reling. Okay, und das Coole ist, das Ganze ist jetzt auch schon ein starkes mit den Nummern verknüpft, sodass man für sein Fahrzeug auch das richtige Produkt findet, oder? Ganz genau. Das gilt übrigens auch für alle KMA-Artikel. Alles klar. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.